Wir sind für eine Politik des Friedens und einer friedlichen Entwicklung. Wir sind für einen Verzicht auf Gewalt. Wir sind für eine wirkliche Entspannung. Wir sind für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind für eine gegenseitige Unterstützung in dem Ringen der Völker für das bessere Leben von morgen. Das gilt heute, das gilt morgen. Wir sind für eine große Herausforderung. Nicht wahr? Für die CDU stellt sich das Problem, wirklich ihre ganze Kraft zu entfalten und für die Zeit nach 1973 vorzubereiten. Wir drängen uns nicht zu unnötigen Auseinandersetzungen. Aber wenn die Auseinandersetzung notwendig ist, werden wir sie mit den richtigen Mitteln durchstehen. Wir haben die Auseinandersetzung für die Einrichtung. Wir wollen nicht zu kämpfen. Wir wollen nicht zu kämpfen. Wir wollen nicht zu kämpfen. So sind wir uns gewiss alle der Verantwortung bewusst, die auf uns liegt. Morgen, vielleicht noch schwerer und noch rückender als heute. Wir haben oft gesagt, we do not want to fight. Das gilt heute, das gilt morgen. Sie können sich auf das verlassen, was wir wieder und wieder gesagt haben und sagen werden. We do not want to fight. We do not want to fight. But by Jingo, if we do, we have got the ships, the men and the money too. We do not want to fight. We do not want to fight. But by Jingo, if we do, we have got the ships, the men and the money too. We do not want to fight. We do not want to fight. But by Jingo, if we do, we have got the ships, the men and the money too. We do not want to fight. We do not want to fight. We do not want to fight. Then, we have got Qualcomm salute! das ist nicht nur für eine Lokkonflikante. Das war in der stillen Soldatschaft. Vielen Dank.